Hey, ich bin aus der Schweiz, ich kann sicher gut mit dir. Plötzlich kommt ein Schweizer her. Das ist eine Kuh. Wie random, ich bin Schweizer, ich kann sicher gut mit dir. Rasenring, können wir dann nicht den Abschlepper einhaken. Bist du Wahnsinn her? Wer von euch hat mir das gerade geschrieben mit der Musikregel? Musik was? Ich nicht. Irgendein Nasenbär meint gerade mir zu schreiben, muss ich dich an die Musikregel erinnern. Gehört? Ja, schwierig. Egal. Ja, lass es doch einfach fressen. Hat nie jemand jemanden singen gehört oder was? Hat er nicht gemacht. Wie können wir die wieder aufs Feld bringen? Ihr macht das jetzt nicht nach. Bitte nicht nachmachen. Macht eure Hand auf, packt euren Daumen in die Handfläche. Auf was? Auf ne Party? Ja. Mit meinem Kumpel Mario. Mario. Hm. Ja dann. Mach das. Was ist jetzt los, Alter? Glaub ich dir nicht, dass du das bist. Was hat er denn drei Minuten oder länger gehalten? Was hat er denn drei Minuten oder länger gehalten? Was the prophecy says... Was the prophecy says... Ja. Komm nach dem... I'm not fulfilled. Jetzt haben wir also... IC 94, Code 3 in house. Als ob. Dann sag mal jetzt Hans-Peter. Sache. Use 13, Code 2. Riechtung. So. Text. Umsatz hin auf... Hans-Peter der Herr. Hans-Peter. Cool. Der kann sich ja mal am Support melden, ne? Der kann aber so dumm sein. Dummelein. Bruder. Dein Ernst. Und es ist aus der Akte rauszunehmen, wenn er mit dem anderen Auto losfahrt, um wegzuschauen Er ist nicht losgefahren. Oder leider. Er... Muss auf die Serien hören, Minjun. Ja, ne... Leichte Beute. Sieh die... Das war da. Auto. Aber mal anders knapp. Das war auch mal schon. Alter Schwede. Würdest du das Auto 15 Meter länger gewesen, wär mal in uns gewesen. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit mit dem Toten drin haben, hab ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Nein, ich will keinen Toten rein, ich schmeiß den raus. Nimm deine Wäsche Schacht am Flur. Weil das dein Sohn ist? Das ist nicht mein Sohn. Ruhig. Wie kann man mit Puh nennen? Bitte nehmf ich hab kein Lang. Oh mein Gott! Wie hab ich das grade gemacht?! Hohohoho! Abschuss! H mr incl? Bo Que 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 D Bro Ah, fuck. weiter ja immer tut er kein zwang an ja immer schön auch am hafen gelände war für die haben wir uns eben es herum von der äußerste vorsicht ich habe schon mal die schlüssel ich habe einen dünner weg von dir der nun 94 bleibt alten beiden wegen aber ich weiß das zweite mal aber das zweite mal ich bin der herr mit der orangen mütze zuerst jawohl scharf als uns beamter kommen sie drüber Zack, zieht er dann schon direkt reinsteigen. Ja, irgendjemand muss dann die Tür offen machen. Die Tür ist offen. Die Ansicht zu offen. Hinterfragst nicht, der Bus ist ein bisschen... Ja. Eigenwillen. Ich glaube, das ist so ein... So ein Scheibenlecker-Bus ist das, glaube ich. Keine Lust aufs Mordok. Nee, danke. Vielleicht, wenn sie mal vollwilligst Mitglied sind. Der hat gesessen. Ich habe nur kurze Frage. Steckt ein Taxi-Fahrer in ihn? Weiß ich nicht. Ich habe versucht, rauszufinden. Wie kann man das auswinden? Habt ihr den gar nicht verstanden? Ich habe den verstanden. Nein, ich habe den sogar verstanden. Oh Mann. Steckt... Okay, schon gut. Das war ein schlechter Ambachspruch. Ich finde sie geil. Der war so schlecht. Der ist voll an mir vorübergerauscht. Okay. Hat nicht funktioniert. Aber können Sie heute Abend mal mitkommen? Ich habe mir ins Bett geschissen. Kann ich bei Ihnen schlafen? Oh, wow. Jetzt wird es eklig. Jetzt wird es wirklich eklig. Ich möchte nicht, dass jemand in mein Bett schreibt. Nee, mache ich ja nicht. Das sagen Sie jetzt. Wer weiß. Ja. Judy, weiß ich, Bescheid mit dir. Für die Lü. Das sind die gleichen Fahrzeuge wie von eben. Die Kolonne von der Grove liegt jetzt Richtung Osten, Richtung Gürtelpark. Sie haben... Oh, sind da sind sie. Oh mein Gott. Oh shit. Oh ja, ja. Das war jetzt mal klar. 10,55 Meter Kolonne, braut wegen der Unterstützung. Für Schlüsseldienst. Norddeutsch für Schlüsseldienst. Oh, ficken. Und die fahren weiter. Perfekt. Ich hasse alles. Hallo. Alles in Ordnung? Kurz sechs Fehlschuss. Kurz sechs Fehlschuss. Mann. Bleib mal bei deinem Buddy. Ich würde sagen, bleib du mal bei Hondo. Wo sind die denn? Ich habe auf dem Panzer. Alter, krasse war jetzt mal gemacht. Nee, es war echt so echt... Nee. Es war echt lecker. Schau dir jetzt eins in die Fresse. Nee. Hör auf. Au. Fahr jetzt, du Tatschi. Alter, Bro, du hast gerade einen über 60-jährigen Mann gehabt. Der ficken kann, kann auch eins in die Fresse kriegen. Oh nein, der Arm. Nee. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020